Ein gepflegtes Ansprechen des Äußeres ist keine Zauberei, sondern bedarf nur eines Besuches im Kosmetik- und Fingernagelstudio von Margarete Pütcher in Buchholz. Auf drei Etagen stylt und verwöhnt sie hier das Patente-Team rund um Inhaberin Margarete Pütcher nach allen Regeln der Kunst. Ob Gesichts- und Körperbehandlungen, Make-up für jeden Anlass, Fuß- und Nagelpflege oder Enttahungen mit Warmwachs. In diesem Beauty-Studio beherrscht man alles auch dank regelmäßiger Weiterbildungen ganz meisterhaft. Doch damit nicht genug. Die VINIA Körperkonturbehandlungen, Massagen, Gesichtsliftings ohne Messer und Magnetfeldtherapien vervollständigen das Leistungsspektrum des Salons mit dem besonderen Flair. Selbstverständlich werden alle Behandlungen auch für Herren angeboten und mit erstklassigen Produkten namhafter Hersteller durchgeführt. Das Kosmetik- und Fingernagelstudio von Margarete Pütcher. Reinkommen, entspannen, wohlfühlen.